Damit herzlich willkommen zu einem neuen Szenario um TS2023, diese Classic. Wir sind hier auf der Wutheadline, besser gesagt hier in Hetfield mit der Klaas 506. Und wenn ich da gerade fragte, warum ich gerade wegrolle, das war ein bisschen dem Raildriver geschuldet, dass die Bremsen nicht angelegt waren. Aber jetzt machen wir die Türen auf und schauen, dass wir soweit den Zug bereit haben. Ja, die Sektion, was wir jetzt noch fahren mit der Klaas 506, also Hetfield Manchester, ist bis heute noch in Betrieb. Der Rest von der Wutheadline ist ja leider nicht mehr in Betrieb, beziehungsweise teilweise nur noch für Gütezüge und ansonsten ist es jetzt ein Fußgängerweg. Die Wutheadline selber ist eine Linie, die, warte mal wann war das jetzt, in 1845 wurde die Wutheadline eröffnet und 1953 wurde die Wutheadline elektrifiziert und zwar mit einem 1500 Volt Gleichstromsystem. Und das war auch der einzige Einsatzgebiet der Klaas 506 als Gleichstrom-EMU, also diese Electrical Multiple Unit, so. Und letztes Einsatzjahr war 1984. Wir sind jetzt hier im letzten Einsatzjahr quasi der Steam-Ära, wo noch die Dampfloks hier auf der Wutheadline gefahren sind. Ansonsten waren es dann die elektrischen. Die waren einfach besser bei der ganzen Steigung, was es hier auf der Wutheadline gegeben hat. Und Wutheadline ist insofern bekannt für die zwei Wuthead-Tunnels, die mal gebaut worden sind. So, Abfahrt sollte jetzt gleich mal sein. Broad Bottom. Der nächste Halt. Und das geht's. Die hat noch eine wirklich schöne Soundkulisse, die Klaas 506. Fahre recht selten mit ihr, aber nachdem ich jetzt immer wieder im Loading-Screen so ein schönes Foto von der Klaas 506 gesehen habe, dachte ich, ja, lass uns doch mal so ein kleines Regio fahren. Das Traurige an der Klaas 506 ist, dass es tatsächlich eine Unit mehr gab, die für die Preservation gedacht gewesen wäre. Die hat man dann auch zur Seite gestellt, die wäre dann für das Stinting Railway Museum gedacht gewesen. Aber um die Unit hat man sich nicht wirklich gekümmert und ist de facto auseinandergefallen, dass dann eigentlich nur noch ein Wagen überlebt hat. Und auch den hat man dann teilweise zerstört. Der war im Electric Railway Museum in Warwickshire. Und jetzt ist eigentlich nur noch der Führerstand da von der Klaas 506. Und der soll in The Cap Yard, in Waze, ausgestellt werden. Die Cap Yard ist, wie dann haben wir schon gesagt, ein Museum, wo einfach nur Führerstände ausgestellt werden, die man auch begehen kann. Aber ansonsten ist halt nichts mehr da von den Loks. Die beobachte ich auch immer wieder auf Facebook. Da gibt es dann immer wieder Updates. Es gibt immer wieder einige, die sagen, oh nee, warum ist die Lok aufgeschnitten worden? Jetzt ist nur noch der Führerstand da. Andererseits ist es wenigstens etwas, was noch da ist. Und sie kümmert sich dann relativ gut um die Führerstände. Ich würde tatsächlich gern ein, zwei von diesen Führerständen am liebsten kaufen und dann in einen Simulator umbauen. Das war ja so cool. Du hast einen echten Führerstand, aber halt Simulator. Manchmal hat er ein bisschen einen Platz. Und er war ein bisschen teuer, dass sie überhaupt in die Wohnung eins kriegen. Beziehungsweise ist es dann vermutlich eh zerlegen. Einer von vielen Güterzügen, der uns heute noch begegnen wird. Da sieht man schon, teilweise sind hier die Schienen schon abgebaut worden. Und eine Durchfahrt hier. Über die schöne Brücke, ja? Also es gibt ein schönere, aber ich meine, in echt ist das bei der Woodheadline ein schönes Spot, um hier auch Fotos machen zu können. Dürfen wir dann hoffentlich... Na, eine 40er Beschränkung haben wir da jetzt. Cool. So, als technischer Fakt, der allererste Wagen und der letzte sind motorisiert. Haben insgesamt vier Fahrmotoren mit A 185 PS. Macht eine Gesamtleistung von 740 PS für ein Set aus drei Wagen. Denn der mittlere Wagen, der läuft einfach nur mit. Und zur Peak-Zeit wurden auch zwei Units zusammengekuppelt. Sprich, waren dann sechs Wagen. Und insgesamt gab es acht Dreiersets von der Class 506. Wovon sieben fast immer unterwegs gewesen sind. Und eine Einheit war dann quasi als Bär abgestellt. Für den Fall, dass das was sein sollte. Oder halt eine Unit ausfahren sollte. Schade, dass hier die Wagen so verdreckt ist. Ja, man hat das Leben gehabt, aber. Und hier drin ist jetzt eigentlich nur echt gemütlich aus. Und ich bin erstaunt, dass sie damals schon da die Schiebetüren drin hatten. Modern. Die Class 506 hatte auch eine Schwester, eben, wenn man so möchte. Und zwar war das die British Rail Class 306. Die war für Wechselstrom ausgelegt. Und hat auch die Class 506 auf der Wootheadline ersetzt, als die dann umgebaut wurde auf Wechselstrom. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Zürich. an die Hüttlberg war, der jetzt gerade umgebaut wird. Da war ich gerade vor ein paar Tagen nochmal am Depot. Und die alten Triebwagen sind leider alle schon weg. Ich dachte, ich könnte nochmal ein Foto machen können. Aber sind auf dem Weg zur Verschrottung. So. Schau mal, dass wir hier mal sauber anhalten. Ja, das sieht doch gut aus. Hat noch giftige Bremsen. Also wenn man weiß wie, dann kann man recht still mit der Class 506 anhalten. Gut. Da wären wir auch. Solide angehalten. Ja, ich werde hier dann einen kleinen Cut machen. Dass wir dann hier nicht allzu lang stehen für den Halt. Und dann fahren wir gerade weiter. Oh. Ein ATP. Na, Advanced Passion Train. So. Drink Cold Milk. Ist eine gute Idee. Ich brauche meine Glas Milch. Für euch gibt es den Schnitt. Und dann heißt es jetzt Abfahrt und los geht's. Zu unserem nächsten Halt. Währenddessen. Ich habe noch ein bisschen Wikipedia geguckt. Wegen der Woodhead Line. Neben mir ja unser Class 506. Waren ja die zwei Elektrologs Class 706 und 77 unterwegs. Und die wurden später in die Niederlande exportiert. Weil in den Niederlanden bis heute nach wie vor ein 1500 Volt Gleichstromsystem ist. Und die Woodhead Line selber war die einzige Hauptstrecke in ganz England, die Gleichstrom hatte. Für eine gewisse Zeit. Es gab es sonst keine Hauptstrecke. Die Strecke wurde jetzt gar nicht erwähnt. Aber zumindest die Hauptstrecke war Woodhead Line die einzige. Und ja, also viele Eisenbahn Fans und auch die Anwohner da in der Gegend trauen der Woodhead Line hinterher. Und es gab des öfteren Proposals, dass man die Linie doch wieder eröffnen soll. Und es gibt teilweise Heritage Lanes. Und es gab mehrere Bits, dass wieder eröffnet werden. Aktuell ist in 2020 ein Bit gewesen fürs Reopening. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und haben sie jetzt in Oktober 2021 wieder eingereicht. Um es nochmal zu versuchen. Also es ist noch nicht vorbei. Ich habe mal auf YouTube Videos angeschaut von Leuten, die die Woodhead Line abgegangen sind. Super spannend zum Anschauen. Und es steht erstaunlich viel noch von dem Sektor, der jetzt nicht mehr befahren wird. Und ja, mit ein bisschen Geld könnte man es wieder eröffnen. Ich meine, gerade die zwei Städte, Manchester und Sheffield, würden davon profitieren, wenn man hier einen recht schnellen Railing aufbauen könnte. Mit der Woodhead Line. Es gibt ja jetzt schon Alternativlinien, aber die sind halt langsamer als das, was immer gewesen ist. Es ist wirklich schade, dass damals bei den Beeching Eggs Dingen, was sie da gemacht haben, so viele Linien wirklich eingestellt haben. Es wurde gefühlt, dass das halbe Netz in ganz England zugemacht und dann wieder eröffnet, weil sie dann mitkriegt haben. Ja, ist vielleicht doch ein bisschen doof gewesen da zum Einsparen, dass man mal wichtige Linien hier zugemacht. Okay, der Halt schaut auch wieder gut aus. Na, an die Stopptafel hier ran. Und gut ist. Mitten im Nirgendwo. Ganz viel Grün hier. Sonst nichts außer drei Hochhäuser, paar kleine Dörfer. Bei uns wird man sagen, das ist schon gaff. Ja, es ist auch nicht gut gegangen, die Fahrt bis jetzt. Keine Verspätung. Keine sonstige Blödsinn. Das könnte eine fast perfekte Fahrt werden. Wobei, ne, ist, ja. Ich habe ganz am Anfang schon gefehlt. Das ist ein ganz neuer Rekord. Ab der ersten Sekunde schon einmal losfahren, obwohl ich eigentlich nicht losfahren sollte. So, jetzt heißt es gleich wieder Abfahrt, weiter zur nächsten Station. Und ich sehe gerade, ich habe kein Ton mehr. Ah, jetzt habe ich wieder einen Ton. Wunderbar. Ja, und da vorne schaut es aus, als wenn es ein bisschen Action ist. Da sind wir wenigstens nicht ganz allein hier. Muss mal schauen. Ich würde auf der Route Adeline nochmal mit einem richtig schweren Kodezug nochmal fahren. Mit Dampftraktion. Da ist die Linie einfach ideal dafür. Naja, so ein, zwei Abstellungen hier. Es ist teilweise wirklich krass, wie groß die Gleisvorfelder waren auf der Route Adeline. Wirklich, wirklich heftig. Gott, in der Area von Manchester, wenn wir dann eh noch sehen. Das ist gigantisch. Oh, da kommt uns eine Dampflog entgegen. Was ist denn das? Eine Black Five? Hm. Bin mir gar nicht sicher. Aber geiler Sound, muss ich sagen. Ah, ich glaube, das war eine Black Five. Kostzug. So wie es aussieht, ja. Mit unterschiedlichen Libraries. Könnten die Wagen von Armstrong Powerhouse gewesen sein? So rein von der Optik. Also das ist kein Standard-Synow, das habe ich mal aus dem Workshop runtergeladen. Aber schon vor längerer Zeiten. Ich wüsste gar nicht mehr, wer es gemacht hat. Müssen wir nachrecherchieren. So, gleich wieder Zeit für die Abfahrt nach Newton. Um 11.27 Uhr soll man da sein. Werden wir schon hinkriegen. Was ist denn, wenn ich die ganze Zeit nicht mache? Das ist mit dem Wasser antworten. Das habe ich schon mal so ein bisschen gespart. Auch wenn ich das eigentlich tun sollte. Kann ich mir noch ganz cool vorstellen in der Grafik vom Train Sim World. Aber das wäre für die vermutlich wieder zu lang. Die Strecke ist schon ziemlich alt hier im TS Classic. Also, ich muss tatsächlich mal nachschauen. Die Route-Headline im TS Classic. Und was kommen ist. Einmal Multitasking. 2012 ist die Route rausgekommen. Mit ein paar Verbesserungen weiter später. Doch, ein paar Jährchen jetzt. Was ich noch spannend finde, ist die Class 06. Unser Triebwagen hier, der hat kein Tacho. Aber ich liebe das Sandgeräusch. Sogar die Fahrschalter, wie sie hochgehen. Die Bremsen, der Kompressor immer wieder. Haben sie schon gut gemacht. Und da wären wir auch da. Ein bisschen vor der Zeit. Wunderbar. Cool. Schauen wir uns mal um hier. Da rechts ist es aus, als wäre das mal so eine Unterstellung für irgendwas gewesen. Also, weil das hier auf alle Fälle Maschinen gewesen sind. Mittelgroße Stadt hier. Na, ist schon was los da. Und gerade der Bereich da links, der war garantiert voll. Mit irgendwelchen Abstellungen. Man sieht es jetzt da auch. Also, als Wunder Pro ist da mal was reingegangen. Gerade für den Abstand hier. Okay. Ja, dann machen wir mal wieder einen Schnitt, bis es so weit ist. Bis gleich. So, gleich hat man das Signal bekommen. Und dann heißt es wieder Abfahrt. Und wo ist es? Da ist es. Wunderbar. Während des Edits von dem Video jetzt hier, habe ich gerade mitgekriegt, dass es ein neues Add-on für den Train Simulator gibt. Und zwar Glasgow Subway. Die Fotos schauen weniger vielversprechend aus, dass das jetzt optisch was Schönes wird. Aber ich werde es mal auf alle Fälle anschauen. Und ich finde es gerade ein bisschen ein Zufall. Ich habe mir nämlich die letzten Tage ein paar Dokus über die U-Bahn von Glasgow angeschaut, weil die historisch sehr interessant ist. Denn die ganze U-Bahn war ganz früher mit einem Kabel gezogen. Und dann haben sie es umgebaut auf elektrisch. Und zwar mit einem Pick-up-System auf der Seite. Also an der Wand entlang. Na, Moment. Jetzt sehe ich Blödsinn. Als es noch cable-driven war, also dass es mit einem Standseil war, hatten die das Stromsystem auf der Seite. Damit die Wagen Strom kriegen. Und dann haben sie es umgebaut auf Third-Rail. Also so wie eine klassische U-Bahn jetzt ist. Und die Züge, die da so rumgefahren sind, die haben wir geil ausgeschaut. Aber das werde ich dann mehr reden, wenn wir dann effektiv mal die Folge anschauen. Mit der U-Bahn von Glasgow. Die kostet aktuell 18 Franken. Hat gerade 25% Rabatt. Und ansonsten wären es 25 Franken ungefähr das gleiche dann in Euro. Ich glaube, dass jetzt auf der Strecke nicht so viel los ist. Aber ich meinte auch in Wikipedia gelesen zu haben, dass hier die Triebwagen so im halben Stundentakt unterwegs gewesen sind. Also zumindest hier in der Rush-Auer. Was eigentlich gar nicht einmal so viel ist, ne? Also wobei, wenn man den Takt jetzt sieht, also pro ganzer Umlauf, jede halbe Stunde. Der größere Bereich hier für die ganzen Güter. Schauen Sie sich mal diese riesigen Abstellungen an. Was das alles Kost haben muss. Nächste Güterzug, der rauf auf den Berg fährt. Das ist alles Primär nur für die Kohle. Meinsen-Kollege. Es ist noch eine spannende Station hier. Denn ich meinte, die Plattform rechts ist nicht mehr komplett angeschlossen. Ich glaube, das ist die Station hier. Ja, ein bisschen verbremst hier. Nicht ganz perfekt. Aber haben wir ja Zeit. Wunderbar. Fast perfekt. Willkommen in Guidebridge. Ob es wirklich eine Brücke hat. Okay, nein. Ist doch angeschlossen. Aber ich dachte, das wäre hier, wo ein Teil fehlen würde. Weil... Ne, da wird es doch... Ne, ich dachte, da wäre es viergleisisch normalerweise weitergegangen, was sie aber wieder zurückgebaut haben. Könnte auch sein, dass ich das jetzt mit einer anderen Edition von der Woodhead-Line verwechsel, wo das gemacht ist. Ähm... Hm. Muss ich mal nachschauen. Gibt ja von der Woodhead-Line ja zwei Varianten. Wie man sie erfahren kann. Beide habe ich. Müssen wir direkt einen Vergleich mal angucken. Und... Oh, da kommt eine Dampflokke. Aus weiter Ferne. Von hinten. Da ist sie. Ja, die hat aber auch schon bessere Tage gesehen gehabt. Mal schauen, ob die da stehen bleibt. Ja, sieht so aus. Mit Mixed Liberty. Und First Class hier zum Schluss. Kennen wir an den gelben Streifen da oben. Ja, heißt auch für uns jetzt Abfahrt. Ashbury. Was klingt denn da Fahrschalte? Das ist einfach sexy. Ich mag diese Details. Ah, hier zumindest die Cross-Section. Vom Doppelgleisigen da am Speck gemacht. Nur die Kreuzungen ist da. Weiß gar nicht, ob es eine Fan-Recreation gibt, wo das Gleisnetz noch komplett ist. Wo noch alles da ist. Also irgendein Fan kann ich mir noch forschen, dass er es gemacht hat im Workshop oder so. Müsst ihr mal bei UK Trends immer reingucken, ob es sowas hat. Und wenn dann, werde ich das mal erfahren. Wird es schon interessieren, wie es ausgehen hat, wenn hier alles komplett war. Und was für ein Traffic entsprechend da gefahren ist. Und da kommt das auch eine elektrische wieder entgegen. 7-D7 vermutlich. Ich war für den schnellen Personenverkehr zuständig. Aber für die über 700 PS die Beschleunigung hat schon ein bisschen mehr. So wie auch der Top Speed. Stimmt bezüglich Top Speed. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich muss jetzt mal schauen. Mal auf Wikipedia. Class 506. Wikipedia. Geh mal auf. Höchstgeschwindigkeit. Steht das da irgendwo? Ah. Ja, 75 Meilen pro Stunde. Also 120 kmh. Darf die maximal fahren. Aber bis die da mal da ist. Dauert es in Ewigkeit. Ich meine, ich bin auf der höchsten Setting jetzt mit Weakfield. Also ich will gar nicht mal ausschliessen, dass ich vielleicht falsch fahre. Aber ich las Serious komplett auslaufen. Dann auf Parallel. Bis es auf der letzten Stufe ist. Und dann halt einfach Weakfield. Aber auch wenn, also wenn ich jetzt auf 75 Stand hochkomme, wäre die meiste Zeit, dann wäre ich ja noch früher an den unterschiedlichen Bauernhöfen gewesen. Und da sehen wir schon Ashbery. Zumindest unten im Hut. Beides nicht mehr. Zu Railroads Online gibt es leider auch noch keine neuen News. Außer, dass sie zumindest auf dem Discord jetzt nach und nach wieder die Channels eröffnen. Jetzt, wo sie mehr Mods kriegen. Ich finde es so meh, wie sie dann mit der Community umgehen. Aber ja. Sind eigentlich nur dabei, so fertige, unter Anführungszeichen, fertige Modelle zu posten. Aber sonst zum Spieltechnisch gibt es keine Updates. Außer der Heis oder der Heiseler, wie er sich nennt. Macht halt immer wieder seine Dev-FAQ auf seinem eigenen YouTube-Channel. Ja, das ist so ein Ding, da könnte ich drüber wenden. Dass die offiziellen Sachen auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Und dass sie es nicht auf einem dedizierten Railroads Online-YouTube-Kanal machen. Das regt mich total auf, dass sie es machen. Weil das ist irgendwo ein Interessenkonflikt. Ich meine, eher als interessanter Park mit dem Licht hier, by the way. Dass er natürlich als YouTuber da natürlich exklusiven Content da drauf kriegt. Und was ein Nachteiliges für andere YouTuber. Also ich würde das explizit auf einem eigenen Kanal machen. Dann ist es auch irgendwo offizieller. Ist auch besser zu finden. Ich habe da drauf im Discord auch angesprochen. Oder beziehungsweise vorgestanden, dass man da einen offiziellen Account macht. Und da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht. Weil der Railroads Online-YouTube-Account vielleicht so 5, 6, 7 Follower hat. Und ja klar, wenn du da kein anständiges Content drauf machst, dann werden die auch nicht kommen. Aber so wie du da natürlich die Videos draufpackst, die ganze Community da hinleitest mit sagen, hey, da suche ein offizieller YouTube-Kanal, schaut euch da die Updates an. Dann wäre das anders. Aber das finde ich echt, man. Dass das auf einem unter Anführungszeichen privaten YouTuber-Kanal läuft. Die offiziellen Updates. Aber ja, das ist mein Reign dazu. Ja, klar stört es mich, wenn er da riecht. Entschuldigung, ein YouTuber bin. Cool. Wir sind da. Das Wetter glitscht. Heiter war wieder auf. Versprochen. Das wohne ich ja so temporär so. Irgendjemand Problem mit der Skybox. Ashbery. Recht groß. Viele Industrie. Fehlt ein bisschen die Rauschwaden. Da waren die ganzen Schornsteine. Gibt dann ein Plus für die Luft hier. Man merkt es dann an der Scheiben hier von unserer, von unserem Triebwagen. Da hinten kommt irgendwas. So, da wird eine Dampflok. Weil wir vermutlich genau dann abfahren müssen, wenn die da auf unserer Höhe ist. Mit dann Kohlezug. Was die Frage aber beladen ist. Was mir jetzt noch gar nicht aufgefallen ist? Das ist eine Drehscheibe. Also hat es garantiert auf der Woodheadline, aber ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Moinsinn. Du bist aber eh am Rollen da, ne? Als wieder am Gas geben. Ja, jetzt wieder so leicht. Das ist irgendwie doof, wenn es passiert, wenn also die Audi-Effekte so reinglitschen und wieder rausglitschen. Und man schaut, dass es druckgängig ist. Oh, super interessant. Zwei Elektrologen am Abschleppen. So. Abfahrt. Manchester Piccadilly Plattform 3. Unser letzter Halt. In anderthalb Meilen. Können wir schauen, ob wir den jetzt da einholen. Das ist auch keine grosse Kunst, wenn er da mit 15 Meilen oder so auf die Seite da reinfährt. Das war geraden, aber tatsächlich richtig mit 15 Meilen. Auch wenn die Sektion nach wie vor noch offen ist, wird es bei weitem nicht mehr so ausgebaut hier, würde ich mal sagen. Ja, spaßig. Ich freue mich schon auf Sonntag. Re-Opening Locorama. Also heute ist Freitag, Kontakte aufnahme. Und erster Einsatz wird an der Kasse sein. Auf das freie ich mich ja überhaupt gar nicht. Ich glaube, da werde ich dezent ein bisschen untergehen. So, freie Fahrt. Werden nicht aufgehalten. Das ist auch eine schöne Ansicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo es da rechts lang geht. Da rechts ging es auch mal weiter weg. Ah, ich meinte, mit dem Biaduct hätte ich sogar mal kurz eine Doku gesehen gehabt. Da gab es mal ein Proposal, um das, glaube ich, wieder aufzumachen. Aber es ist tatsächlich zu schmal. Also für die neuen Triebfahrzeuge. Hier vorne ist unser Bahnhof. Gleich kommen noch die 15er Beschränkung. Und dann sind wir auch da. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Sind soweit, dass ihr ohne größere Probleme hier nach Manchester kommen. Ja, ein bisschen kleiner Fehler am Anfang. Stopps könnten ein bisschen besser gewesen sein. Aber ansonsten, eine meiner besseren Fahrten. Hehehe. Ja, ist noch ein bisschen was los hier am Bahnhof. Tille. Gratst weg rein. Wie praktisch. Ich glaube, das wird das Samtner werden. Hehehe. Was macht denn da der Rangier-Lock da? Muss ich doch mal umsetzen. Ein Express-Service, der auf die Abfahrt wartet. Das ist gar nicht gar nicht. Oh, unten ist ein Dampflok hier unten. Gut, liebe Leute. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Würde mich freuen, wenn ihr auch auf unseren Discord-Server kommt. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt. Macht's es gut. Wir machen jetzt einen Daumen nach oben. Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020